So, da bin ich auch wieder zurück. Ich habe irgendwie keinen Bock, Flucht zu benutzen. Ich würde jetzt einfach mal sowas wie... Keine Ahnung. Ich benutze, glaube ich, Erzengel. Es kostet zwei EP-Fähigkeiten, ist mir aber egal. So, im Schock ist er zumindest schon mal krafttief. Oh, wie das Viech reinhaut hier gerade. Das ist ja echt übertrieben. So, D-Protest, Fluch, D-Wall, Blocken. Also, jetzt wieder im Schock. Ich hau jetzt hier einmal mit Ero weiter drauf. Also, Ero scheint zumindest schon mal ganz gut zu sein. Boah, Vorsicht. Huh. So, und wieder Ero drauf. Wow, Ero jagt den gleichen Schock. Und gleich nochmal. Oh, wie bitter. Ah, verfluchte Axt. Moment. Ich nutze lieber einen Gigatrank hier. Ich will dieses Viech platt machen. Ähm. Ist mir jetzt auch egal. Zack. Machen wir ein paar Mal Ero drauf, um ihn wieder in Schock zu holen und ausweiden. Ich lasse mich doch nicht von so einem Dreckskeleton-Viech hier platt machen. Komm, er wird mit Blutschwert angesprungen. Bam. Mann, Mann, Mann hier. Herold der Ausrottung. Hm. Okay. Finde ich jetzt ein bisschen strange. Oh. Schön. Ja, die zwei EP habe ich auch wieder. Schick, schick. Da liegt noch was. Knochenbrecher. Cool. Was auch immer das ist. Sagt ein bisschen aus wie eine Waffe. So, wir wollen hier immer noch rein. Ähm, weil hier ist ein Schalter. Und diesen Schalter würde ich natürlich ganz gerne betätigen. Und dann würde ich sagen, gebe ich auch gleich mal die Quest ab. Weil ich glaube, damit haben wir die auch abgeschlossen, die Nebenmissionen. Skeletons ausmerzen. Ja. Damit sind wir durch. Die letzten. Oh, das sind die letzten aller Monsterrassen. Das schaffe ich nicht. Glaube ich nicht dran. So, ich finde es interessant oder wichtig, was noch in diesem einen Raum ist, in dem wir noch nicht waren. So, da ist er. Äh, hallo. Das heißt aber, es muss hier theoretisch noch einen Raum geben. Das finde ich jetzt doof. Das habe ich hier umsonst gewartet. Wo gibt es denn hier jetzt noch einen Raum? Indem man einen Schalter findet. Also, hier unten gab es einen. Das wissen wir ja. Beziehungsweise da. Ah, hier gibt es auch keinen Raum, in dem ich jetzt nicht schon war. In dem waren wir auch. Hä? Momentchen mal. Tempelruine? Wo geht denn dieser Raum lang? Äh? Wie unten? Moment. Wo bin ich denn hier jetzt? Ich brauche irgendwie eine Beschreibung oder so dazu. Das ist mir zu blöd. Ich suche mir jetzt eine Nixe-Kaktor-Statue. Wo ist denn die Nixe-Kaktor-Statue? Tür. Ach. Ich glaube, ich weiß es. So, dann gehen wir mal hier lang. Hier hoch. Ja. Wir haben sowieso auch noch einen Gigatrank verbraucht. Was das Ganze für uns natürlich nochmal ein bisschen anders aussehen lässt. Deswegen nutze ich jetzt, wie gesagt, hier nochmal eine EP-Fähigkeit. Das war Chronos-Dasis. So. Ist ja an sich egal. Dann geht es erstmal zur Rufjahnsiedlung. Nochmal ein bisschen einkaufen. Dann brauchen wir noch... Wir könnten auch nochmal kurz zum Hauptbahnhof... Also zum Bahnhof hier rüber. Eigentlich müssten wir jetzt auch wieder genügend Sachen gesammelt haben. So, erstmal natürlich den Gigatrank. Bahnangebot wurde aktualisiert. Giga-Trank und Mega-All-Heilmittel. Ist eigentlich auch mal nicht schlecht, wenn man so ein Mega-All-Heilmittel hätte. Ne, aber wenn... Giga-Trank. Zwei Phönix-Federn sind auch super. Verkaufen. Wir haben doch sicherlich hier noch Gegenstände, die wir wieder verticken können. Alphabetisch zum Beispiel wie diese Mitril-Münzen und so. Mitril-Medaille, sage ich doch. Davon haben wir noch ein paar. So, Kristall-Medaillen haben wir auch noch. Haben wir hier noch irgendwo Medaillen, die wir loswerden möchten? Bronze-Medaillen haben wir auch noch fünf Stück. Können auch weg. Super. Gut, dann müssen wir nochmal schauen, wo dieser Typ war. Was haben wir hier? Danke. Ignorieren wir. So, ich glaube, der war hier dieser Typ. Ja, da hinten ist er. Jamus. Die Revenge, die du immer noch wollte, ist komplett. Ich versuchte alle letzte von den Skeletern, die deine Kinder haben. Du hast es gemacht. Du hast mir eine Revenge. Danke. Ich wusste, dass du die richtige Person bist. Du fühlst dich jetzt besser? Ja. Ich glaube, ich glaube. Aber es ist noch nicht so, wie zu haben meine Kinder mit mir mit mir. Das ist die Art Revenge. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Aber zumindest hat es mir geholfen, mich zu sterben. Du hast es geschafft, zu grieven? Ich werde nie zu grieven. Aber ich fühle mich, dass ich jetzt die Griefe aufzunehmen kann. Ich will nicht in einer Bottle leben, wenn die Welt endet. Ich werde nicht in einer Bottle leben, wenn ich meine Kinder darüber erzähle. Ich kann nicht viel mehr, um dir zu bedanken, aber zumindest nehme ich es. So, was bekommen wir, was ich bekommen war? Uh, 4500 Gil Pionier Augenbinde. Und, ja, das geht doch eigentlich auch ganz gut. So, was haben wir hier noch? Keine Ahnung. Na gut, ich glaube, hier brauchen wir jetzt erstmal nix. Ja, egal. Der Barmann ist mir eigentlich auch nicht wichtig. Da haben wir Fang. Ach, Ausstatterin. Könnt ihr mal gucken. Wir haben wieder ordentlich Zeugs. Nö. Davon brauchen wir, glaube ich, erstmal nix. So, haben wir hier noch einen Schmied oder sowas? Das letzte Mal hatten wir doch hier noch irgendwas. Ach, da ist er doch. Schmiede. Und zeig mal. Ach, wir haben glücklicherweise schon alle. Außer Demdülak. Oder Demdülak. Braucht man auch, glaube ich, gar nicht. Kostet ne Menge. Erhöht ziemlich stark die Lebenspunkte. Nö. Was bringt es uns, wenn wir, wenn uns der Rest nicht, nicht gegeben ist? Na gut. Dann, wie gesagt, nochmal zurück zum Bahnhof. Gucken, ob wir nicht vielleicht doch nochmal die ein oder andere Quest abgeben können. Bevor wir uns dann jetzt wirklich endgültig in die, ähm, Tempelruine reinwagen. Durch die goldene Tür. Wo ja jeder schon wieder gesagt hat, uah, das wird ja so lustig. Du wirst so verkacken. Nö, 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 nö. Und ich mir nur noch denke, ja, ja, das habt ihr von Kajos auch behauptet. Und bam, Kajos hat richtig auf die Nase bekommen. Das ist üblich halt. Kopf an Kopf. Was haben wir denn hier? Na, seht ihr da? Totenköpf. Kann ich zumindest schon mal abgeben. So, was haben wir noch? Haben hier ein bisschen Kram bekommen. Haben wir jetzt hier von irgendwas, was wir auch noch abgeben könnten? Natürlich nicht. Schade. Hm. Ähm. Ach, man kann noch was mit Eidechsen-Schwänzen machen. Wäre also wichtig gewesen. Ich habe jetzt aber keinen Bock auf Eidechsen-Jagd. Na, egal. Dann ab, rüber zum Tor. Und da geht es dann in der nächsten Folge weiter. Würde ich sagen. Weil ich glaube nicht, dass ich den Kampf jetzt auf diese Folge hier rein quetschen kann. Das war wieder der Falsche, oder? Ach, Mann. Heiliges Tor. Kammer der Dämmerung. Probieren wir es aber mal hier. Gleich bin ich wieder hier. Genau an dieser Stelle. Das kommt davon, wenn man sich keinen Namen merkt. Das finde ich jetzt noch ein bisschen unheimlicher. Ach, das war ganz am Anfang. So, hier müssen wir... Heiliges Tor. Da waren wir doch gerade eben. Oder nicht? Mann, Mann, Mann hier. Heiliges Tor. So. So kann man auch Zeit für ein Let's Play schinden. Oh, ich habe noch drei Minuten. Na ja, gut. Dann reiße ich halt eben Ziel... Also mit verbundenen Augen durch die Gegend. Ja, das sieht doch schon wesentlich besser aus hier. Und da ist auch gleich die Zeit... Die Chronostasis abgelaufen. Das passt sicher. Also bis später. Tschüss.